Hier spricht wieder Oslo, wir sind mittendrin Ja, das läuft In der Apokalypse bei Contagion und wir versuchen uns immer noch hier zu fliehen Hier ist so ein Tunnel Oh, ein Tunnel da Nee, da wollen wir nicht noch Ach, das ist ja nicht Ach, weil ist da ja Munition drin Dann geh doch mal, dann geh doch mal Ach, jetzt dürfen wir, komm Silvi, wir gehen mal Ach, das gibt's doch nicht, ja, ich komm hinterher Wir werden das Chaos aus der letzten Folge einfach weiter formen Fortführen Genau, hier habe ich mal einen Stromgenerator gefunden Okay, das hört sich schon mal interessant an Hier ist aber kein Bolzenschneider Ich glaube einfach, dass wir hier in dieses Gebäude gar nicht hinten reingehen müssen um den Bolzenschneider zu finden Ach, jetzt doch wieder nicht Ja, ich weiß, irgendeiner Ich will ja keinen angucken Oder anleuchten in dem Fall Wer leuchtest du denn? Nein, du bist gar nicht bei mir Müsste Aaron sein, der Rest ist woanders Wo seid ihr denn? Ach, da Ich kann ja noch aufsdach Ich komme, ich komme, ich komme Hier beim Generator war's hier wohl auch, André Hier ist überall nichts Wir gehen einfach mal wieder runter und raus Ach nee, jetzt Ja, oben war doch nichts Wir müssen in die Medizinzelte Ich glaube, da liegt der Bolzenschneider Woher warst du das? Und die Medizinzelte, dann kommen wir durch Bist du eine Hexe? Bist du ein Cheater? Bist du ein Orakel? Hier ist Munition, hallo Munition Hier Für Shotgun Ja, aber ich finde mich toll Hat hier mal ne Shotgun? Jawohl Niemand Läuft bei uns Ja, sorry ey Weil hier ist noch grün Hier gibt's noch weiter und da gibt's eine Tankstelle Und eventuell gibt's dann eine Tankstelle Ich hab doch gesagt, dass wir da langen müssen Aber ihr seid in das Gebäude rein und äh Ich lauf nur noch Mio nach Sehr gut Ich hab nur noch 6 Schuss mit meinem Revolver Aber der hört sich geil an Ich verledige das So Wo ist Aaron jetzt? Ich such' Paul Aaron? Ich fall' Gut, dass du da hinten nochmal suchst Weil da wird ja nichts sein, weil wir hier noch weit, weit, weit gehen können Oh Mit dem Revolver, da steche ich den so ins Auge Wie mies ist das denn? Bup 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 So, hier ist die Med, aber Bup Guck mal, hier ist auch die Tankstelle Hm, Tankstelle Zombie-Apokalypse 1 Da wird's doch ein Bolzen-Schneider geben Wenn dir die hilft Ah, die hilft mir mehr als die Ja Nein Ja, nein Du bist hier, viel Glück damit Auch schönes, äh, Square-Design hier auf der Karte Alles schönen Hallo Hinter dir ist was Sefi, Vorsicht Wo bin ich denn überhaupt noch? Ja, Aaron Wo wo's, wo Mio? Das Mio, da sieht es auch mal Bei der Tankstelle Bei der Tankstelle Ich wollte mal in die Tankstelle rein Geh in der Mio mehr, ich bin hinter dir Sefi Ja, Luden, Luden, Luden Na 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 Hinter euch ist, hinter euch ist richtig Party Hast du da eine Akamio? Ja, ich benutze grad Ich hab keine Hier, Muni Muni, Muni, Muni Und mal rein Wie ließ man die Muni fallen, die man nicht mehr braucht? Jot Dann nehm ich mal die Schrotflinden-Munition mit Okay Wie gesagt, wenn ihr Munition habt, die nicht für eure Klasse sind Aber ich will noch was für mich Könnt ihr J drücken, dann könnt ihr die so droppen Aber was würde ich noch machen, wenn wir uns mal sammeln könnten Also nie Nicht für unsere Klasse? Gibt es verschiedene Waffen für Charaktere? Nein, das nicht, aber du hast ja zum Beispiel ne MK mit Nein, also nicht die Waffen, die wir tragen Oder ne 9mm Ach so Und du hast aber keine AK mit Und du hast jetzt diese, weiß ich nicht, was in der AK reingehört Ja, ja Ja, dann müssen wir es mal machen AK-Munition Ach, ah, hier ist ein Bolzenschneider übrigens Oh, vom Tenen gehen Und hier ist eine Forsterkammer Dann nimm dir noch mit Jawoll Jawoll, Junge Höfe Mit der rechten, mit der rechten Maustaste kannst du so'n, kannst du aufladen, glaube ich Wo habt ihr die Muni fallen lassen? Wenn ihr die gerückt hält Ich hab noch rein mit dem Muni fallen Ja, und mit rechts ist das Diva Oh, ach Gib mir aus dem Weg, ich hau hier wild um mich rum Warum ist hier bloß jemand? Höhe auf So, ich hab hier das fallen lassen Also es gibt offenbar Team-Schaden oder wie sehe ich das? Ja, aber nicht viel Ja Oh, oh, vorsichtig, 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 vorsichtig Ich hab voll viel Hammer-Schaden gekriegt Ah! Sterbe Ha! Ey, lass mich vor, ich bin da mit dem Hammer Hammer-Schaden Hammer, Hammer Hammer, Hammer So, also Ihr könnt Position sparen, ich mach das schon Ja, ich bin auf hälfte Leben übrigens ganz runter Falls das irgendjemand interessiert Aua, okay Du machst das schon, Sefi Ok, du machst das schon Jaja, ich weiß das Ha-he Oh, weg, 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 weg Weg, 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 weg Weg von dem Aua Weck von mir auch nix Oder er ist gekniet, ja, das kann natürlich auch sein. Hoch. Er backt. Ein schwarzer Zombie. Aber warum nicht? Die sind nicht so rassistisch wie andere Leute hier. Ich leuchte ja niemanden an. Ein schwarzer Zombie? Du Arsch, du Hellländer. Ich will das ja nicht gegen dich. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Ja, ich bin nur in dieses Haus hier rein. Da war Ostra schon drin, das habe ich schon gesehen. Ach so. Und wer schreit da? Ostra. Ostra schreit gerne. Ich habe nur noch Hilfe Leben. Ein Viertel Leben, Entschuldigung. Viertel Leben. Dann halte dich doch mal bitte zurück. Sefi, wenn ihr nicht lieb ist. Gibt's hier die Rechte? Was für einen Schaden Aaron? Gibt's da Play auch Schaden? Geht klar. Ja, ja, ja. Deswegen, wenn er nicht lieb ist, haut ihr Sefi mit dem Hammer über die Rübe. Oder es gibt einfach mal kurz an die Beschneidung. Ich demonstriere das einmal. Ich will nicht. Ich will nicht. Also, wieder ins Kino und aufschneiden. Erstmal zum Kino. Wir waren ja noch gar nicht da drin. Wir wollen das ja mal nicht so... Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Aber wir wollten uns noch einen Film angucken. Ja, das wollen wir schon. Welchen denn? Dracula, Untoad. Immer noch. Ich will irgendeinen Animationsfilm sehen. Aber nicht Frozen. Der ist bestimmt zum Teil animiert. Okay. Können wir uns entscheiden? Ganz schön ruhig geworden, hier. Hier läuft was. Hier läuft... Meet the True Doors läuft übrigens gerade im Kino. Oh, oh. Wer? Okay. Und Chanel läuft auch im Kino. Irgendjemand mit dem Bolzenschneider sollte den Bolzenschneider benutzen. Irgendjemand mit dem Bolzenschneider sollte den Bolzenschneider benutzen. Dying läuft übrigens auch gerade im Kino. Und das andere. Das war lustig. Odin Riders. Genau. Das hast du vorhin vorgelesen. Genau. Das hält sich gut an, oder? Das ist super geil an. Öpne. Die Türen. Soll ich? Ja. Mach halt. Es ist offen. Ich geh mal weg gerade. Ja. Das Kino ist ziemlich voll. Sollen wir nicht doch lieber zur Freibad gehen? Ja. Bin dafür. Tschüss. Damm, 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 damm. Aaron, du bleibst hier. Du bist der Polizist. Äh. Ich hab' einer erwischt. War doch gar nicht so schwer. Ja. Mit einer AK ist es auch nicht so schwer. Ja, drei auch umgebracht mit einem Hammer. Hammer Time. Hammer Time. So, jetzt ganz vorsichtig und langsam. So, erstmal Popcorn. Wer will? Hier, ich, ich, ich. Äh, was, was macht das ich? Warte mal, ich guck mal. 49,17 Euro ist der letzte Betrag auf der Kasse. Ich hab meine Warten weggeschmissen. Wo machst du sowas? Ich wollt' die nicht weggeschmeißen. Und die braucht man doch. Ich brauch' meine Pistole. Geh, du, hier liegt's jedenfalls nicht. Wollt's ja eigentlich klauen, aber ging nicht. Boah, weiß ich nicht, was Aaron da oben macht. Ich glaub' der ist oben im Kinosaal schon voll am Party machen. Ich hab' mich eingesperrt. Ich hab' mich die ganze Zeit. Wo ist meine Pistole? Ja, der Film fängt grad an. Wie war doch eben noch hier? Oh, hier ist der Filmprojektor. Wie geil sieht das denn aus? Ich hab' meine Pistole weggeschmissen. Warum machst du das? Wir sind unten, Aaron. Ach, so, na dann. Ja, ich weiß ja nicht, wo du wieder hingelaufen bist. Alles ist gut, wenn du partizierst. Ja, wenn das Team dann zusammenbleiben würde, ja. Das ist ja ein toller Film. Ja, echt? Den guck' ich mir erst mal an. Du hättest durch die andere Tür auch einfach gehen können. Ich will mitgucken, verdammte Scheiße. Komm, Ostra, hier unten. Es kommt auch noch. Nein, jetzt hab' ich schon wieder meine Waffe weggeschmissen. Hier ist noch ein Film für uns. Der ist doch bestimmt gar nicht abgekupfert. Der heißt Gut Busters 2. Nein. Oh! Oh! Nacktszähne! Nacktszähne! Wo? Vorsicht! Nee! Ist vorbei! Die Duschzähne! Wo bist du? Ach, da! Guck mal! Ich gucke Kino! In diesen Sommer! Hätt' jemand meine Pistole gefunden? Immer noch nicht. Oh Gott! Da kommen Zombies! Wo ist da? Staring deiner Mutter! Hm, okay. Sag mal hier. Ist so dunkel. Tom Weapons do not have flashlight attachment. Toll! Ich hab' die irgendwo hier hingeschmissen. Dein Hammer hat bestimmt keine Taschenlampe. Nee, irgendwie nicht. Fuck, ich kann so'n Ding mit einer Hand schwingen. Aaron, bist du tot? Ach nee, der Aaron lebt noch. Nee, ich versteh mal den Film an hier. Upsi. Ähm, wo ist jetzt schon wieder der Rest? Also, ich könnte immer noch hier bei dem Kinosaal. Echt, das sehe ich gar nicht. Du. Ja, hier. So, ich komm' jetzt wieder da. Irgendjemand? Du, ach, ich hab' kein flashlight an. Ich kann kein flashlight an, weil ich den Hammer hab. Ach, guck mal, du bist hier sogar richtig! Echt, siehste? 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 Läuft! Ach, komm, wir sind einfach abgehauen. Da, ich würde im Kino angucken. Wir sind draußen. Wir haben den Film schon zweimal gesehen, wo du da oben irgendwie, keine Ahnung, nach Hilfe geschrien hast. Ja, das mag sein. Hallo, Zombie, Zombie, Zombie. Upsi. Wo ist denn dein Leben? Ihr seid draußen. Ja. Ja, klar sind wir draußen. Der anderen Seite. Ja, wir sind hinter dem Kino, wo Aaron drin saß, jetzt als letztes. Da gibt's noch diese Hintertür und da gab's noch eine Tür und dann sind wir rausgegangen. Hm, so war das dann. Ihr seid jetzt wo? Unten in dem Kinosaal dahinter. Wo genau seid ihr jetzt? Ist... 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 Aua. Ah, verdammt. Lass dich nicht anknabbern von denen. Nein, wieso nicht, ich hab doch... Ich hab kein Licht, deswegen... Ja, ist doch nicht. Ich hab ja einen Sledgehammer. Gut, gut gemacht. Wer hat die Tür das für Misesnase zugemacht? Wer auch immer das war, ich hasse ihn. Das war Aaron. Das war ja genau getimed. Genau getimed. Jetzt ist irgendwie auf Delay irgendwer von euch. Ach, schön. Wer... In deinen Kopf, mein Freund. Bin ich das? Uh, guck mal, ein Polizist. Hür, die macht das Hammers. Oh. Oh, die ins Hammer. Mh. Aua. Stefi ist ein... Stefi ist ein Polizistenmörder. Ich hoffe, der Stefi geht ja... Der, der, der ist unsterblich. Dann komm ich mal eben und helf dir. Aua. Ich bin fast tot. Alter. Was für ein Teufel. Na toll. Der trifft mich aber ich ihn nicht. Ja, da... Warum? Wir können doch miteinander reden, oder? Muni! Okay... Meine Muni. Wo seid ihr jetzt alle? Ich bin hier bei dir. Ja, aber es wäre ja gut, wenn ich den Muni auch benutzen könnte. Aber irgendwie habe ich meine Pistole verloren. Ich bin's... Ich bin also nicht, äh... Boah, was macht der den Rampage oder was? Alter. Was ist jetzt hier los? Nein. Wo seid ihr? Wo bist du? Da bist du. Ich lauf hinterher. Aber jetzt bin ich... Du bist so schnell. Du hast jetzt wirklich nicht auf den Knopf gedrückt, oder? Natürlich nicht. Du hast auf den Knopf gedrückt. Nein. Alter, ich hab's doch am Handy gesehen. Nein. Warte, warte. Das Handy liegt. Ach, ja, jetzt kommen wir... Ah, okay. Wir müssen ja nicht. Gibt er dir? Äh. Sehr gut. Na geil. Passt schon. Was währt auf den Knopf gedrückt? Ja. Aber schon. Ich weiß gar nicht, worum's geht. Es geht darum, dass hier die ganze Zeit Wellen kommen werden. Ja, toll. Und wir uns noch nicht umgucken müssen. Und wir uns noch nicht umgucken müssen. Ja. Ich hab noch ein Leben, vier Schuss und ne Vorschlagkammer. Läuft bei dir? Mhm. Hier liegt ne Pistol rum, die ist aber leer. Aber wir müssen doch zur Garage, oder nicht? Zu welcher Garage? Ja, ja. Am Weg. Hier unten. Achso, achso, achso. Sehr gut. Jawoll. Jawoll. Hier. Und wir töten. Müssen wir nicht zur Bank? Hier. Was, was... Was sagt er denn? Warte. Ich guck mal. Ich hatte keine Zeit dafür. Hinter uns, auch du Scheiße. Ich hab alles von jedem... Nord-Osten. So. Yeah, ja. Okay. Du hast ja noch den Feuerlöscher sehr, immer. Ja, hab ich. So, ich noch Liebe, hab ich den. Naja. Du hast ja noch danach, nur. Ja, das kriegt euch da wahrscheinlich mehr viel Doch, doch, der wird ja getrobt und du bist dann Zombie Ach so, das ist ja Boah, das ist die Meldung der Tresor Ja, du spielt ja, genau Du spielst ja dann noch weiter nur dann gegen uns halt Da kannst du Zombie-Massen auf uns hängen Das ist auch ganz lustig Naja, es wird bestimmt nicht passiert, weil ich hätte noch ganz viele Leben habe Ja, das kann passieren Ja, dann sollten wir zurück Ih, Leichensäcke Aber bevor wir zurückgehen, wir haben jetzt gerade eine ruhige Minute Auch wenn es jetzt noch keine 15 Minuten sind Sollten wir jetzt hier kurz eben pausieren Pausieren? Genau, weil ich gucke mir so lange hier das wunderschöne Poster an von Biotech Natürlich, Biotech Die Firma, die auch schon bei Killing Floor für Trouble gesagt Trouble Oh Trouble So, okay, also Wo sind wir alle? Hier, auf dem Boden Ist das eine AK? Hier bei auf der Tastatur Aber die benutzen dieselbe Wir benutzen dieselbe Muni Also, wir sind soweit, dass wir jetzt mal eben pausieren können Wir sind doch alle zusammen jetzt, ja? Ja, wir sind soweit, ja Wir sind doch alle hörend und sehend dabei Und, ja? Okay Höre dich Oh, was ist das? Aaron ist weg, er hat das Das ist die AR Scheiße, weg Ich weiß nicht mal weg So Bis dahin Da war keine Muni drin gewesen Bis zum nächsten Mal Tschüss Ja, tschau Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020